Was sind so gängige Fake-Geschichten, die Leute allgemein gerne erzählen, dass sich Marilyn Manson eine Rippe rausoperieren lassen hat, um sich selber denn erlutschen zu können? Stimmt. Es waren sogar zwei. Er hat zwei Lress, dass Peter lustig Kinder hasste. Man ist im Leben sieben Spinnen, wir benutzen nur 10% des Gehirns, man kann sich ab alter Ex nicht mehr ändern oder dazulehnen, ein Amerikaner hat die Mikrowellenfirma verklagt, weil nicht drauf stand, dass er seine Katzen nicht drin erwärmen darf, das in die Dönersauce reingeworde, das einer McDonalds verklagt hat, weil er sich beim Fischburger an einer Gräte verschluckt hat. McDonalds hat gewonnen, weil sie nachweisen konnten, dass kein Gramm echter Fisch im Fischburger ist, das 1,02 Mark sind. Ich kannte mal einen Typen, der hatte die Aufgabe erörterer das Thema Mut als Klassenarbeit. Er hat nur hingeschrieben, das ist Mut, abgegeben dafür hat er eine Eins bekommen, dass man jemanden kennt, der arbeitslos ist, keine Lust auf Arbeit hat und einem vorrechnet wie wenig Arbeit sich lohnt und man ja selber der Dumme ist 40 Stunden die Woche zu malochen. Mir geht's gut.